Hallo zum 12. Tag meines Meditationsadventskalenders. Heute geht es nochmals zum vorletzten Mal um das Thema Atem. Jetzt hatten wir das Einatmen gezählt und das Ausatmen gezählt und die Atempause betrachtet. Jetzt möchte ich Sie bitten, in den nächsten 10 Minuten dann gleich einfach mal die, selbst wenn Sie normalerweise nicht die Augen geschlossen halten, die Augen zu schließen und einfach mal zu versuchen, Ihren Atem zu folgen. Wie weit können Sie Ihrem Atem folgen? Wie weit können Sie ihn wirklich wahrnehmen? Hier geht es jetzt gar nicht ums Zählen, sondern einfach nur, um genau mal zu fühlen, bis wohin kann ich meinem Atem folgen. Sie können beginnen an der Nasenspitze, an den Nasenlöchern, den Nasenfügeln. Sie können vielleicht fühlen, wie etwas kühle Luft in den Körper sozusagen einströmt. Sie können vielleicht noch fühlen, wie der Atem hier am Halsrachenbereich langsam runterströmt und vielleicht können Sie auch fühlen, wie sich Ihre Lungen füllen und beim Ausatmen entsprechend auch wieder lehren. Und das wollen wir jetzt einfach mal 10 Minuten zusammen praktizieren. Einfach die gewohnte Sitzhaltung einnehmen, Augen schließen und 10 Minuten lang unserem Atem verfolgen. Und immer, wenn Gedanken uns wieder davon abbringen wollen, einfach vorbeiziehen lassen, nicht böse sein und einfach weitermachen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.